Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich eine Logarithmusgleichung mit euch lösen und wir werden einen Basiswechsel durchführen müssen. Aber dazu jetzt in der Aufgabe mehr. Was sehen wir hier? Wir haben hier zweimal einen Ausdruck mit dem Logarithmus, einmal zur Basis 2 und einmal zur Basis 4. Das könnt ihr dann so nicht lösen, wie ihr es bisher gewohnt seid, sondern da muss dieselbe Basis stehen. Und ihr könnt euch aussuchen, ob ihr jetzt das Ganze zur Basis 2 oder zur Basis 4 oder eine komplett neue Basis machen wollt. Wir entscheiden uns jetzt einfach mal für die Basis 4, dass die bleiben soll und ändern diesen Logarithmus hier vorne auch in einen Logarithmus zur Basis 4. Das könnt ihr einfach immer machen und zwar funktioniert das folgenderweise. Ihr könnt euch die Basis aussuchen, wirklich komplett frei. Die kommt dann hier unten hin. Und das Ganze wird jetzt gleich ein Bruch werden. Oben und unten steht euer Logarithmus zu eurer neuen Basis, die ihr euch wirklich einfach aussucht. Wir haben jetzt hier natürlich vier gewählt, damit wir nur eins ändern müssen. Und jetzt steht oben im Logarithmus das, was vorher hier in der Klammer gestanden hat vom Logarithmus. Also das steht oben in der Klammer und unten in der Klammer vom Logarithmus steht eure alte Basis. Also da kommt die Zahl hin. Die 4 und die 4 sind wirklich komplett neu. Da hättet ihr auch zur Basis 10 oder was auch immer machen können, was ihr wollt. Aber von dem alten Ausdruck muss das, was vorher in der Klammer stand, auch oben in die Klammer. Und das, was vorher eure alte Basis war, muss unten in die Klammer. Das ist schon der Basiswechsel. Jetzt ist es schon geschehen. Denn jetzt haben wir in unserer kompletten Gleichung nur noch den Logarithmus zur Basis 4. Und jetzt können wir das ganz gewohnt lösen, wenn ihr wisst, wie man mit Logarithmusgleichungen umgeht. Denn hier unten dieses Logarithmus zur Basis 4 von 2, da sind ja gar keine Unbekannte mehr drin. Also da ist kein x drin. Das könnt ihr einfach mit dem Taschenrechner ausrechnen. Also wenn ihr das hier unten ausrechnet, bevor ich jetzt die komplette Gleichung nochmal abschreibe, mache ich das einfach weg. Ihr tippt das in den Taschenrechner ein und bekommt 0,5 raus. Und jetzt würde ich euch vorschlagen, dass ihr hier vorne den Bruch auflöst, also dass dieses Logarithmus zur Basis 4, euer Zähler, dass ihr den einfach hier hinschreibt und dieses 1 durch, also dieses durch 0,5, 1 durch 0,5, dass ihr das im Taschenrechner ausrechnet und dann vorne dran schreibt. Also ab und zu kommen hier echt abgefahrene Zahlen raus. So 0,5 ist normalerweise nicht der Fall, dass da sowas Schönes rauskommt. Aber ihr rechnet im Taschenrechner 1 durch 0,5 und das ergibt jetzt eine schöne Zahl, nämlich 2. Das ist aber wirklich absolut Zufall. Meistens werden die relativ schlimm. Und die schreibt ihr dann vor euren Logarithmus. Und hier hinten verändern wir erstmal nichts. Das muss vorerst noch so bleiben. Also was haben wir bisher gemacht? Wir haben einen Basiswechsel durchgeführt. Das habe ich euch ja erklärt, wie die Formel dafür ist. Dann rechnet ihr hier unten diesen Logarithmus aus, der da vorher stand, und rechnet dann 1 durch diese Zahl, die da rauskommt, und schreibt es dann hier zu so einem Produkt, damit die Brüche einfach weg sind. Das ist die schnellste Art und Weise, wie man diesen Bruch dann wegbekommt. Okay, jetzt haben wir eine relativ ordentliche Gleichung da stehen. Als allererstes würde ich diese 2 hier, die vor dem Logarithmus steht, in den Logarithmus reinziehen. Also ich würde jetzt nicht die komplette Gleichung durch 2 teilen, sondern wir wollen gleich diese beiden Logarithmen zusammenfassen mit den Regeln, die ihr vielleicht kennt. Und eine Regel davon ist auch, dass diese 2 in diesen Logarithmus reingezogen werden darf. Das funktioniert, indem alles so bleibt, aber diese 2, die vorne dran mit einem Mal stand, steht dann drin als Hochzahl. Also diese 2 hier, alles, was da drin steht, muss dann hoch dieser Zahl genommen werden, wenn ihr diese Zahl da reinziehen wollt. Der Rest kann so stehen bleiben. Und jetzt kümmern wir uns um die beiden Logarithmen-Ausdrücke, weil jetzt haben wir wirklich Logarithmus zur Basis 4 plus Logarithmus zur Basis 4. Welche Logarithmenregel gibt es dafür? Wenn Logarithmen mit einem Plus verbunden sind, darf man die zu einem Logarithmus zusammenfassen, also diese beiden Ausdrücke, indem man das, was in der Klammer stand, also dieses x hoch 3 zum Quadrat, multipliziert mit dem, was in der anderen Klammer stand. Das ist eine Regel, die ihr bestimmt schon irgendwo gesehen habt und die wir hier jetzt angewendet haben. Also wichtig ist, es müssen zwei Logarithmus-Ausdrücke sein, die dieselbe Basis haben. Deswegen haben wir den Basiswechsel vollzogen. Und dann werden die Teile, die in den Klammern standen, einfach miteinander multipliziert. Jetzt haben wir es also geschafft, dass wir nur noch einen Logarithmus da stehen haben. Jetzt würden wir hier das in der Klammer mal ein bisschen vereinfachen. x hoch 3 hoch 2, das sind ja Hochzahlen, die werden, wenn man die Klammer hier jetzt auflösen möchte, miteinander multipliziert. Also wir hätten x hoch 3 mal 2. Also 3 mal 2 ist 6. Dann hätten wir also ein, ich schreibe es mal ganz kurz als Nebenrechnung hier hinten hin, x hoch 6 von dem Teil und dann noch dieses mal 5 mal x Quadrat. Wenn wir die x dann jetzt zusammenfassen, hätten wir, die werden, wenn wir x hoch 6 mal x hoch 2, da muss man die Hochzahlen ja addieren. Also 6 plus 2, das sind 8. Und dann noch die 5, die schreibe ich vorne dran. Also das, was wir in der Klammer hier stehen haben, ist eigentlich ein 5x hoch 8. Und jetzt sind wir fast fertig. Um den Logarithmus zur Basis 4 wegzubekommen, müssen wir beide Seiten, also 4 hoch die Seite rechnen. Also 4 hoch diese komplette Seite sorgt genau dafür, dass der Logarithmus zur Basis 4 wegfällt. Also da steht nur noch 5x hoch 8 auf der Seite und auf der anderen Seite steht eben 4 hoch 3,9. Und das könnt ihr ausrechnen. Beziehungsweise wir können eigentlich gleich, also 4 hoch 3,9 könnt ihr ausrechnen, wenn ihr wollt. Oder ihr teilt direkt schon im nächsten Schritt schon durch 5, dass ihr nicht so viel schreiben müsst. Dann steht da noch x hoch 8 gleich. Und wenn ihr 4 hoch 3,9 durch 5 teilt, kommt ihr auf 44,57. Und als letzten Schritt müssen wir jetzt noch die achte Wurzel ziehen, damit dieses x hoch 8 wegfällt. Und da steht dann nur noch x. Und wenn ihr die achte Wurzel aus 44,57 berechnet, kommt ihr auf 1,61 gerundet. Und das ist eure Lösung. Also wir haben hier einen Basiswechsel durchgeführt. Ich habe euch erklärt, wie es funktioniert. Das ist wirklich, so könnt ihr die Formel verstehen. Weil ihr könnt so eine Gleichung nur lösen, wenn ihr mehrere Logarithmen Ausdrücke habt, wenn da dieselbe Basis drin steht. Und dann muss man dafür sorgen, dass man nur noch einen Logarithmus Ausdruck hat. Also falls eure Ausdrücke auf zwei verschiedenen Seiten stehen sollen, dann bringt den ruhig alles auf eine Seite, damit ihr die mit dem Logarithmengesetz zusammenfassen könnt. Dann habt ihr nur noch einen Logarithmus und könnt den dann eben auflösen. Ich hoffe, es ist klar geworden, wie man hierbei vorgeht. Falls ihr Fragen zu euren Gleichungen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.